Von unserer offenen Position mit dem Bringen wollten wir in den Tranken Scharzen gehen. Dafür denselben Fußwechsel, dieselbe Vorwärts-Rückwärts-Fäßig wie letzte Woche. Hier, quick, quick, vorwärts und rückwärts. Und dabei habe ich das Slow ersetzt mit zwei Quicks. Also nicht mit einem, sondern mit zwei. Ich zeige es nochmal. Quick, quick, slow, quick, quick. Und dann Rückplatz und sie mitnehmen. Schön seitwärts bewegen. Hopp. Hopp. Und wenn ich mich seitwärts bewege, dann steht hier ein Auf und Ab. Auf und Ab. Auf und wieder runter. Und wenn ich unten bleibe, kann ich sie eben noch weiter mit zur Seite mitnehmen. Dann gehe ich wieder hoch. Hopp. Oder bleibe unten. Ich kann sie nur aufhalten. Ja, klack und hell. Ja. Ich schicke sie raus, könnte ich hier stehen bleiben und mich hier anschließen, sobald sie wieder auf dem Rückplatz ist. Ja.